zum eigenen schutz hallo und herzlich willkommen jetzt offiziell zur 178 session die reine folge die andere war ja mehr so eine hybrid abklatsch wo man mein fail zurück entziehen kann ja solche pflanzen gibt es tatsächlich das sind tentake pflanzen und wir haben soweit ich weiß briefe bekommen aber linker ist echt immer noch da das ist der hammer geschätzte arbeitgeberin man soll das leben nie als gegeben hinnehmen ich habe von meinen allmorgentlichen sprung ins kühle nass versucht das gewicht meine rüstung mittels eines zaubers zu verringern er scheint mir jedoch misslungen zu sein da ich unterging wie eine schlammkrabbel die von einem frechen kind ins meer geworfen wurde zum glück war jetzt ab in der nähe denn sonst würde ich diese komponenten nicht erhalten und ihr erst recht nicht traurige nachrichten scheffern meine stimme ist scheiße beranzen und ich kann einfach zu keiner einvernehmlichen lösung ich bedauere es wirklich der dass wir in die zukunft eine keine geschäfte machen werden und dass ich ihn ins schweine gehege der stadt geworfen und dass ich ihn ins schweine gehege der stadt geworfen habe nachdem er geschäubert ist und sich den kopf an meinen hammer gestoßen hat zweimal so ein pech aber solche dinge wie erfahren eben leuten die meine großzügigkeit ausnutzen wollen was kriegen wir denn da von ihm eche nee eche hier ist wiesk wiesk olan euer miet euer mietling es stellt sich heraus dass ich den armen schnipschnapp gar nicht retten musste die tapfere schlammkrabbe hat sich selbst aus der kiste geschnitten in denen sie ihn eingesperrt hatten ich kann gerade noch rechtzeitig um zu sehen wie schnipschnapp meine ei brüder aus dem haus jagte indem er mit seinen erstaunlich scharfen scheren nach ihren füßen und zehen zwickte ich war so stolz ja ist doch nett von ihr kriegen wir noch alle hei wie gerade ich nur immer wieder in solche situation jetzt muss ich schnappi und sein kaninchen vor einem triodätrischen kultisten retten die sich auf irgendeine art ritual vorbereiten schnappi und das kaninchen sind offenbar die hauptkomponenten dieser üblen zeremonie denk nach valenka denk nach es muss doch irgendwas geben das halt mal alitz trank ich hab da eine idee oh nein das kann nicht gut werden ich wollte gerade quicksafe drücken naja nach drei minuten für jeden briefe alle vier briefe neues geht ja noch hallo zeug hallo suppenhaus und deshalb sollten wir die stadt abliegen der einträglichen interessiert mich nicht ich suche bücher das klingt zwar durchaus vernünftig alter freund aber wir können uns nicht von der außenwelt wenn ihr euch wirklich um unser volk sagt dann werde das abliegen wir können kein weiteres risiko mehr eingehen lieber abschaum wie bist du her gekommen du musst jetzt leider noch suppe essen denn hier im haus gibt es sehr viel ich suche nach büchern du wichser was soll denn der scheiß wer hat mich da raus geworfen ich habe mich einfach aus dem haus geschmissen geht es noch zeig dir gleich was hier geht zum große warum darf ich da nicht rein seid gegrüßt ihr seid verdächtig euch bei dich im auge so wo war ich denn ach ja abschaum liebe abschaum was bist du hier nun da hier im haus gibt es noch mehr suppe die suppe musst du jetzt essen und trinken und hier gibt es anscheinend keine bücher du 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 neues buch entdeckt haht und schön Neues Buch entdeckt. Die Stimme ist kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Mein Freund macht sich große Sorgen um Narcis. Manchmal sogar noch größere als ich. Was kann ich für euch tun? Mich interessiert die Gerüchte. Verschwinden Narcis tatsächlich Leute von den Straßen? Man möchte meinen, das ganze Dorf wäre spurlos verschwunden. Wenn man sich anschaut, wie sich hier alle benehmen. Leute verschwinden. Aber Giron lässt seine Wachen der Sache schon nachgehen. Soweit wir wissen, sind sie geflüchtet, um der Lodos-Seuche zu entgehen. Haben die Wachen schon Fortschritt gemacht? Nur sehr wenige. Niemand hat mit eigenen Augen gesehen, wie irgendeiner dieser Leute Narcis verlassen hat. Und wir haben nicht genug Wachen, um jeder Spur nachzugehen. Hm, vielleicht könnte ich ja helfen. Ich werbe eigentlich nie Söldner an. Aber wir leben in schlimmen Zeiten. Wenn ihr beweisen könnt, dass diese Behauptungen mehr sind als von Angst geschürte Wahnvorstellungen, dann meldet euch sofort bei mir. Ihr werdet eine Belohnung erhalten. Worüber habt ihr und Giron gestritten? Giron glaubt, wir müssten Narcis vollkommen abriegeln, um uns vor der Seuche zu schützen. Narcis ist ein Handelszentrum und derart drastische Maßnahmen sind unangebracht. Auch wenn ich zugeben muss, dass wir aufgrund der jüngsten Ereignisse nur wenige Besucher hatten. Hm, was plant ihr dazu? Ich habe mich noch nicht entschieden. Sie meinen, ich wäre nicht forsch genug, dass meine Unentschlossenheit Narcis schaden würde. Vielleicht hat Giron recht. Ich weiß es einfach nicht. Was könnt ihr mir über Narcis sagen? Ah, Narcis. Meine geliebte Stadt. In seiner Hochzeit war Narcis ein blühendes Handelszentrum. Händler von nah und fern kamen hierher, um ihre Waren anzupreisen. Die Gewinne wuchsen und das Haus Hlalu investierte sie erneut in die Stadt. Das scheint mir aber mittlerweile alles schon so lange her. Wo ist der Rest eures Hauses? Die meisten sind wieder im Osten und kümmern sich um die Korruption in Gramfeste. Nur wenige kommen in eine Region, die von einer Seuche heimgesucht wird. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde diesen Sturm überstehen und Narcis wieder den Ruhm verschaffen, den es verdient. Ja, genau. Mach das, Mann. Untersuch die Vermisstenfälle. Ja. Mir gefällt es uns nicht, dass sie unten rausgeworfen wurde. Und dass die Giftsuppe aus dem... Huch. Vor allem war alles weg. Dass die Giftsuppe unten aus der Kanalisation kommt, ist noch beunruhigender. Also hier geht irgendwas Übles vor sich. Das Lottis scheint schon hier zu sein. Was ist denn hier los? Notiz der zerbrochene Kiste. Okay. Neues Buch entdeckt. Der Plan beginnt. Die enthaltene Menge der Mixtur ist nicht ausreichend, wenn sie mit Wasser verdünnt wird. Für unsere Ziele benötigen wir mehr von den Elexier. Deshalb sind mehr Kisten auf dem Weg. Bleibt wachsam und haltet Ausschau nach der nächsten Lieferung. M. Ah. Das muss ja ein Ich gewesen sein. Alter, er fickt dich. So, keine Spuren bleiben übrig. Untersucht die vermissten Fälle immer noch. Okay, das habe ich per Zufall wahrscheinlich selbst gesehen. Ach, den Däumen kenne ich. Habe ich schon gemacht. Neues Buch entdeckt. Neues Buch entdeckt. Neues Buch entdeckt. Neues Buch entdeckt. Hier gibt es keine Musik. Hier gibt es keine Musik. Äh, doch nicht mit dir. Mein Vetter arbeitet da. Ja, dein Vetter. Dein Vetter interessiert mich überhaupt nicht. Sollen wir lieber weniger Fett essen. Fett essen. Wie kann er nur so dumm sein? Ich habe ihm gesagt, wohin die Lieferung gehen soll. Aber er denkt, er weiß alles. Deshalb gerät alles durcheinander. Entschuldigt. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Ignoriert das einfach. Was war das mit der Lieferung? Gar nichts. Kümmert euch nicht um mich. Ich bin hier nur eine Bedienstete. Was schert es euch überhaupt? Warum seid ihr im Hause meines Herrn? Erzählt mir von euren Ehren. Ich dachte gerade, da redet jetzt Travis von Fallout 4, ey. Ach du Scheiße. Ich bin voll weggesuchtet hier. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit in Narsis. Ein Schriftsteller. Schreibt den ganzen Tag. Schreibt die ganze Nacht. Aber fasst ja nicht sein Tagebuch an. Er kann schrecklich böse werden. Ah, was schreibt er denn? Woher soll ich das wissen? Ich fege, ich staube ab. Ich lese nicht. Der Herr würde mich niemals einen Blick in sein Tagebuch werfen lassen. Sein Zimmer oben darf niemand betreten. Ich bleibe hier unten und putze. So wie mein Herz mir aufträgt. Okay. Ich glaube, wir im Zimmer waren wir noch nicht. Oder vielleicht machen wir das schon. Ich gehöre erstmal in den Keller. Zum eigenen Schutz immer noch. Das klingonische Wappen am Horizont zu sehen. Sehr gut. Weiter so. Es soll ja auch eine neue Star Trek Serie kommen. Ähm. Für alle die Fans der Serie... Fans der... Fans der... Der... Wer nennt man das? Der Idee sind, sag ich mal. Gleich mehr dazu. Neues Buch entdeckt. Die Seuche breitet sich langsam von gesperrten Sägen aus und zieht über die Scharen wie schwarzes Regen. Das wird Vox gefallen. Das wird Vox gefallen. Vor allem in... Ach, wie heißt das? Utopia? Ne. Keine Ahnung. Vor allem in Bioshock Infinity. Infinity? Ne. Ach, egal. Vor allem in Bioshock. Viele sind von Narsis nach Krampfhäste gezogen. Sie weigen sich dort in Sicherheit. Sie weigen sich dort in Sicherheit. Aber sie können der bevorstehenden Abrechnung nicht entfliehen. Aha. Tag 32. Die Substanz ist nicht stark genug. Wenn man sie mit Wasser mischt. Die Lösung wird verdünnt und dadurch beinahe unwirksam. Brunneln scheiden also völlig aus. Solange wir keine stärkere Version herstellen können, müssen wir andere Möglichkeiten suchen, die Seuche zu verbreiten. Ah, er steht da so an der Decke. Interessant. Tag 42. Wir haben herausgefunden, wie man die Seuche verbreitet. Wenn man die Substanz einer Leiche injiziert und sie verwesen lässt, verstärkt sich die Seuche um das Zehnfache. Es muss am Blut des Toten liegen. Wir benötigen mehr Leichen. Ich brauche mehr Leichen. Glücklicherweise gibt es Narsis Reiche nicht davon. Ich glaube, das ist einfach so irgend so ein Dämon aus dem Ämbel zu schütteln. Ich brauche Blut. Frisches Blut. Und Menschenfleisch, um die Magie zu verstärken. Ich war in Kürz eine Antwort von euch. Ja, ist ja gut. Ja, was... Der Shadow meldet sich gerade hier per... DLC, Kurztest zu... Oh, cool. Cool. Nicht cooler. Geht um Portal 2, das ist sehr interessant. Vor allem um das imaginäre Koop, was wir eigentlich gemacht haben. Was aber im Moment streng geheim ist, die Sache. Also die Sache ist im Moment sehr streng geheim. Ja, ist sehr streng geheim. Ihr habt nichts gehört. Ähm... Ja, Kohle schreibe ich jetzt hier. Was mache ich denn? Ja, unbe... ...dingt. Müssen wir unbedingt aufnehmen. Ist bestimmt geil. So, was wollte ich sagen? Star Trek, okay. Okay, zu spät. Äh, wir müssen jetzt raus und... Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Höchstwahrscheinlich. Ich habe noch kein Bild. Gut, die rennt weg. Dann, äh... Bam. Das ist immer schön. So, jetzt aber. Ich habe noch ein paar... Ich habe noch... Das ist immer noch... Ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gehört. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020